www.feyyaz.de Einer raus. Voll Puls, hör drück. Dann bin er wieder hier. Das ist zu greif, da liegt ein Auto. Jetzt kommt Jungs, dann löst. Denk doch an die Kampfen. Ja genau da, in der Uta! Jetzt sind wir weg. Oh, WTF? Ich hab gerade meine Kugel aus der Luft geholt. Oh, du Scheiß, Alter! Ich hoffe, ich hab das warm mit dir. Komm, jetzt kommen sie. Alles klar. Das letzte. Vierer Kars an Fireteam Charlie. Vorrücken für Park, die unterstattung... Genau, hinterm Hütchen. Genau, hinterm Hütchen. Die waren da, der war knapp. Ich kriege eine Verdeckung von Charlie. Der kommt raus, der kommt raus! Jetzt kannst du ihn! Oh, WTF? Warte, siehst du den? Warte, siehst du den? Nee, du machst den. Dann hat die mit der Räder rein. Ich muss so ein bisschen weg. Erlangen, Steffen, reinlangen. Wir müssen den Bild nächstes Mal breiter machen. Der Steep fährt im Wasser lang. Wenn ich das richtig verstehe jetzt. Wir müssen mal drauf gucken. Scheiße! Oioioioioi! Sieht da hochkommen, Fireteam? Nein, das haben sie drauf gesetzt. Sieht da hochkommen, wir weichen alles nach hinten. Herrnen negatives! Herr ohne Hut! Michael-Hbold und Hysterne! Der Biest ins Wasser! Der Biest ins Wasser! Erkiellant! Der Biest! Ach, der Bietücht fragt! Hier gehts dann weiter nach der Hölle. Wow, passt. Der Ballschrankle! Jetzt sind sie im Gebüsch, sieht die zwei Bäume gerade hin, da hocken sie gerade da, siehst du? Ja, ja. Adiativ. Und Tore! Und Tore! Und Tore! Und Tore! Und Tore! Und Tore! Sieben Gehalt, geht mal los! Und Tore! Und Tore! Und Tore! Und Tore! Okay, Scheiße! Und Tore! Oh, Scheiße! Und Tore! Ich ziehe das Ding nicht! Tore! Feuer! Feuer! Du bist da her! 30,9, das ist 3,4,5. Das ist einfach Bravo. Und beide Magdali mit Schleife vor. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Wir sehen uns wieder. Untertitelung des ZDF, 2020